2021 topz heritage baseball high number picket team case ich habe die meisten selber aber ist ein fun break sollte eigentlich ein personal case werden ich habe ein paar teams abgegeben somit break was live also viel glück jungs das ist heritage ist halt mein produkt aber es macht spaß aber es ist halt schwierig was mega hits zu treffen autos sind alle on cut ist das schöne an der sache von triple triple relic patch and number sogar aus der schick coole legend autos ein super set starten durch ja da hat auch noch den letzten spot genommen die ich leben wollte ursprünglich hat nicht ganz so geklappt ich mir vorgestellt habe aber als erster ist tempel race jumbo box stopper wenn die aeros arena persönlich brecke immer rückwärts weil dann erkennt man die variation und die autos vorher bevor man die spieler sieht aber ich glaube das blühe ich euch jetzt nicht an dem break natürlich normal keine ahnung wie ich den box geschaffen schon ausgemacht habe also na allgemein ich habe noch nie ein box stopper auto gezogen das finde ich nicht geil wenn wir eigentlich mal kriegen box stopper auto rückst du schneid up ab also es auch utility und es es Ah geil, habt ihr jetzt den frei, ja? Oh, wir haben die erste Chrome direkt, Sergio Alcantara für die Cups, auf 999, Chrome, die erste, Alcantara. Oh, erste Relic, nice, Bryce Harper, spielt eine mega Playoffs gerade, Bryce Harper, Relic, ist sogar, ist es, ist sogar ein Bad, nice, sehr cool, Bryce Harper. Ist gut drauf gerade. Alright, also ich gehe gleich natürlich alle Base, äh, alle, ja doch, alle Base nochmal, äh, Rookie Performance und Kalinic. Nochmal durch, damit wir die Variations nicht verpassen, wenn es welche gibt. Es gibt eine Hotbox pro Case, dann hast du in jedem Pack eine, äh, Purple Chrome drin, sehr cool. Mattingly, äh, Marlins. Das sind halt viel, mega viele Base, ne? So, wenig Instas bisher, wundert mich. Da, now and then, Grand Slam von, äh, Tatis. Meine Güte, da ist eine Masse an Base. Wenn man die Formel jetzt öffnet, dann sieht man die Base, dann wird man ganz bekloppt. Alright, Clemente Insert. Da gibt's, äh, zehn Karten von. Rookie Performance ist, nee, Pearson. Und, nice, Red Chrome. Benintendi. Für die Royals. Kansas City. Nice. Und, die ist auf 372. Ich weiß nicht, wo ich es riechen soll, ne? Die ist auf 372. Red Chrome. Sehr cool. Die sieht so nice aus. Kansas City. Ich stelle mal ein paar hier hin, damit es nicht so leer ist, ja? Und, hier ist, ähm, Home of the Braves. Atlanta Braves. Ja, das war schon die erste Box. Ich schau mal schnell die Base durch. Da steht immer hier an der Nummer, ob es eine Variation ist. Es gibt Action Variation. Es gibt Missing Stars Variation. Es gibt, äh, Throwback, also, äh, in einem anderen Trikot. Das sind da die mega teuren. Schauen wir mal. Ob da was bei ist. Es gibt Action, wie gesagt. Error gibt's. Dann fehlt der Name vorne drauf zum Beispiel. Missing Stars, da fehlt halt die Sterne vorne drauf. Es gibt Team Color Variation. Da ist, sind die Namen der Schriften vertauscht. Und sowas. Die sind jetzt nicht der Bringer. Aber, Nickname Variation gibt's. Die sind ganz cool. Da ist der Spitzname anstatt der richtige Name vorne drauf. Sind ganz nice. Deswegen break ich direkt, normalerweise direkt von der Rückseite. Dann sieht man direkt, ob es Chrome ist. und, äh, ob man ein Auto hat oder sonstiges. Da ist noch nichts bei. Ist halt nicht garantiert pro Box. Nein, das wird ein langer Break. Es gibt einen Spieler, der heißt Beer. Ist kein Witz. Seit, äh, letztes Jahr. In 22 war der drin. Das ist Seth Beer. Nee, das ist hier aber keine Variation. Das wäre eigentlich der richtige Spieler für dich zum Sammeln, oder? Ja, komm mal. Seth Beer. Und, nice throwback für Cleveland. Fred Stanley. Das sind die original 1971 Karten von früher. Ja, nur halt mit einem Stempel drauf. Sind nicht so wertvoll, aber sind ganz cool. Und, cool. denn es ist hier zu keiner zuguckt dann würde ich so rückwärts machen also mit der Rückseite dann kommen wir ein bisschen schneller durch und es ist spannender weil man nicht weg das Auto sieht, außer die Verpeile ist das ist okay das ist okay oh mein Gott, du hast einen Brake Hehehe Hehehe Hehehehe Nein, solange die anderen nicht zustimmen, mache ich es auch nicht, halte ich mich dran. Wir haben Boomba Brothers für die Twins. Insert. No and then, no no, I like milk in the cups. Auch lustig, das ist High Number und hier ist Nummer 216, das war ein Fehler von Tops. Wir haben nicht vergessen den normalen Low Number rein zu machen und haben einfach mal High Number mit reingepackt. Oh, da kommt Chrome durch. All right, der erste haben wir, Oakland, Rolly Fingers. Mit seinem Schnäuze. Jetzt kommt, uh, das ist ein Blackboarder. Und zwar für die Dodgers. DJ Peters. Blackboarder, die sind auf 50 limitiert. Die haben keine Nummerierung drauf, aber es gibt nur 50. Das ist die Non-Chrome. Blackboarder für die Dodgers. DJ Peters, das wäre der falsche Spieler von allen, glaube ich. Ich hätte besser sein können. Blackboarder für die Dodgers. Elemente Insert. Und Trevor Story. Nice für die Rockies. Colorado. Red. Auf 372. Colorado ist Dennis. How is I see? Trevor Story. Schade, dass er jetzt in Japan spielt. Oder in China. Wo spielt er? Japan, China. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube nicht mehr. In Japan. Oder in China. China spielt kein Baseball. Großartig. Japan. Spielt er. Schade. Okay. Kriegen wir ein Auto in der Box oder nicht? Das ist für die Frage. Chrome ist Jake Cronenworth Rookie. Geht nicht schlecht. Ganz guter für San Diego. Auf 999. Bin ich zoomen hier. Das ist doch. Okay. Mountcastle. Baltimore. Nein. Ich glaube nicht. Da kommt in einer Schlüssel. Bobby Delbeck. Für die Red Sox. Ein Relic. Ich werde hier rein holen. was ist denn jetzt passiert? das hat er ja auch noch nie ich geh mal ein Bild einfach weg das ist wieder oh, sind die Variations Clemente Und da Oh, Upside Down Ist eine Variation, ach die sind Upside Down hier Das ist geil, hab ich ganz vergessen Action Variation, schwer zu sehen Kann man es erkennen Action Variation, Aussie, Albies Für die Braves Ganz guter Spieler Action Variation Ja, du brauchst ja nicht mal umdrehen Das ist ja herrlich Ich hab mir das umdrehen gespart Sieh, ich hab schon ganz vergessen, dass die falsch rum sind Oh, wir haben ein Poster Für die National This is Susan Strasburg Schön, oder? Können wir tapezieren hier Wenn ich genug hab Ich habe nicht mehr Das war's für heute. Hier habe ich die Blei auf die Kuppe gesehen. Das ist Nummer 3. Okay, Slam Diego. To the Potteries. Karl-Lewis Marinos. Oh, upside down. Ist das Flipstock? Nein, das ist eine Variation. Und zwar Team Color. Team Color Variation. Francisco Lindor für die Mets. Team Color Variation. Weiter keine Throwback. Das wäre schöner gewesen. Throwback Variation wäre natürlich geil gewesen für Dennis. Jetzt und dann ist Puyolz für die Angels. Ja, super. Oh, wir haben ein Relic. Das ist Carlos Correa für die Astros. Wieder ein Bad Relic. Sehr cool. Aber noch kein Auto bisher. Clemente insert. Und... Not a Variation. Wow, was ist denn los? Action Variation Andrew Vaughn. Für die White Sox. Action Variation. Oh, wir hatten jetzt drei Stücke in dieser Box, oder? Crazy. Noch nie gehabt. Haben wir drei in dieser? Ich glaube wohl, ne? Äh, Ace insert. Rookie Performance ist Alec Böhm. Boom. Dann haben wir noch eine Chrome. Und die geht an. Komm, guter Rookie. Nice. Schon wieder Jake Grunenworth. Noch mal die Padres. Auf 99... Ne, 572 ist die. Komm schon. Fokus. Los. Mach es. Der will halt nicht. Das ist doch... Jake Grunenworth. Für die Padres. Ja, 72, also 500, es gibt auch 572, gibt es 372, es gibt nur auf 72. Und es gibt Autos mit roter Unterschrift, die sind auf 72 limitiert. Die sind halt... Da hätten wir auch nicht mehr oder eine kriegen. Wenn ich mir schade, wie Padres Poster... 1099 gebraucht habe. 1099 gebraucht habe. Aber 72 ist es... Weil das jetzt, ähm... Die Karten aus dem Produkt haben das Design von dem Originalen Top 1972. Und deswegen, ähm... Das ist alles auf 72. Und deswegen, ähm... Also die 72, dann muss ich auch die... Auf 999. Die Ausnahme. Wir haben ja letztmal 2002 und die Heritage gebraucht. Da war halt alles auf 73. Und jetzt... Dieses Jahr ist 2023 Heritage gebraucht gekommen. Das ist halt alles auf 74 limitiert. Immer ein Jahr später. Und immer ist das Design von früher... Was ich früher hatte, ist das gleiche Design nur mit den neuen Spielern. Ungefähr. Es gibt auch ein paar alte bei den Autos, aber... Die Base und sowas sind als nur die neuen Spielern. Man gibt halt immer Low-Number und High-Number, wie so lange. Das sind halt normale und High-Number. Ja, und danach, ne? Allein das Base-Set aus einer kompletten Serie besteht, glaub ich, aus... 725 bis 800 Taten. Nur das Base-Set. Und dann halt pro Serie normal 100 bis 130 Autos. Das zeigt mal eben über 200 Autos. Für beide High-Number und das normale. So. Aber dafür sind alle Autos on-Card. Ja, das ist schwierig. Die trifft halt in den Case vielleicht 4, 5 Autos. Aber da können halt auch ein paar richtig gute Facharbeit sein, ne? Von Otani bis Stroud bis Harfer und Lompis. Wie er gerade angesagt ist. Ja, Boom & Chrome ist auch geil. Aber ich bin nicht so der Brookie-Sammler, was Baseball angeht. Ja, das ist der Hype, aber da kann man sich auch richtig übel verzocken. Das ist ja noch fünfmal so schlimm wie beim Fußball. Super. Das ist das Schlimme bei Boom & Chrome, ne? und zwar Steven Strasburg für Washington. Und die ist auf 572. Wenn man mal mitspielen würde, das ist doch... Das ist gut. Das ist gut. Ich habe es umgedreht. Jetzt und dann. Wir haben Mike Trout. Oh, das Auto ist nice, Paul Goldschmidt. Nicht schlecht. Erster Auto Paul Goldschmidt für St. Louis. Uh, brauche ich die lieber noch? Das wäre ja cool. Paul Goldschmidt Auto. Nice. Guter Spieler. Goldschmidt. Auto, nice. Rookie Performance, Casey. Nichts, nicht mehr. Schmetter zu machen. Sehr gut. Clemente. Und wir haben noch eine Variation. Buster Posey für die Giants. Buster Posey. Auch ein schlechter Spieler. Action Variation. In diesen Teuren Karten. Blue Jays. Baby Blue Jays. Buster Posey. Buster Posey. Buster Posey. Buster Posey. Buster Posey перfee. Buster Posey. Buster Posey. isn't it consent zu Cory Devil? Z Z Z Z Z N. Cach writer Melon. Buster Posey. 율 Open��를 des Teu Publi Pour. ZAHYU. Das war's. Kaffee All right, here we go, next to the box. Where are the inserts? Now and then is no no for the white socks. Joe Adele, rookie. Was I wrong? There is nothing with it. White socks again, south side sluggers. And there is another variation. Action variation. George Springer, nice. Blue Jays, my favorite player. George Springer. Action variation. Clemente. Relic is Victor Gonzalez, Philly Dodgers. Rookie Relic. Mary Dodgers is OCC. Dillon Carlson, LP. Red. On 372 is Indians. Eddie Rosario. Cleveland Indians. Yeah, Dennis OCC. On 372. Andy Rosario. Okay. Not a world player, but hey. Red. 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 Abreu. Insert. badas ever, bingzes 45 guys. And Kansas City Royals, Jim York. original 1972 tops karte jim york wie viel sind die bundesliga schon weg da ist wirklich noch was weggegangen oder schleppen nur hab nicht geguckt da war's da waren wir sind die Ich habe mich sehr, 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 sehr gut gemacht. Alright, Mixbox eine gold relic glaube ich nein ich habe es für eine gold aber diese numbers kohle bellinger nice für die dodgers auf 99 hand number kohle bellinger gold relic 18 von 99 guter spieler wieder weg und die autos schwach so will die performa kohle Und, George Springer, Blue Jays, Chrome, of 1990. Mets, insert. Now and then, walk off Grand Slam for the Ace. Joe Morgan v. Reds. Clemente. Das ist was für diese Box. Alright, halfway through. Erst ein Auto, das ist nicht viel. Throwback. Original. Orioles. Eddie Watts. Tops. Und so. Früher war Sandringy so beliebt. Eddie Watts. Das ist eine Tatsache. Herr Wacken. Das war's für heute. Es ist schon sehr schön, wenn ich es nicht gut verletze. Ich habe es nicht nur noch einen Schmuck auf den Kuchen. Ich habe es nicht nur noch einen Schmuck auf den Kuchen. Ich habe es nicht nur noch einen Schmuck auf den Kuchen. ich brauch schon mal 7 erst ein auto kommen da muss noch was kommen sollte auf jeden fall oder auch nicht akibu auto für auto relic für die detroit tigers rookie jersey wir behalten die besten boxen bis zum schluss richtig so war es doch home run rory and now and then is carl lewis with the mariners upside down action variation zack mckinstry für die dodgers action variation dodgers kinstry clemente Chrome, Steven Strasburg schon wieder, Maschinen, 990, insert Devin Williams, Brewers. Johnny Bench, Rats, Auto wäre schön. Oh, Mini, Braylon Marquez für die Cubs, auf 100, Mini, nice, auf 100, für die Cubs, schief. Die Mini ist ja irgendwie cool. Rookie Performance, Cabrian Hayes. Brian Hayes. Das war's schon wieder für diese Box. Alright, 5 Boxen noch. Wir haben immer noch erst ein Auto, das ist unglaublich. Ich meine, es gibt nur 5, 4 oder 5 pro Case, aber die habe ich schon, wenn ich schon noch holen würde. Und Giants, Charlie Fox, 1972, Original Tops, Car, mit Beibergstern. No, das heißt nichts. Wir haben jetzt schon mal. Okay. Und jetzt mal. Dann wäre ich schon mal Liebe. Das war's für heute. Das ist so schön. All right, here we go, that's the box, und schon wieder, Karl Schwaber, der spielt auf jeden Fall auch gerade eine sehr gute Playoff, Karl Schwaber, für die Nationals, spielt gerade bei den Phillies, und ist nicht so verkehrt, wir verlieren nur zu viel Geld, na ne, das heißt, es gibt jetzt schon wieder kein Auto, oder wir haben Glück und haben beides, das kommt ab und zu auch mal vor, uh, Delbeck, Rookie. Clemente insert, und Chrome ist Manny Machado, nice for the Padres, auf 999. Pro Season Power für Yanks. Kevin Cash, Tempo B. Okay. Komm schon, Cleveland ist ein Auto. Okay. Now and then is the Cleveland chain, a Bieber. Open Ace, wieder Blue. Alright, bisher ist keine gute Box, kein gutes Case. So, vier Boxen noch, vier Autos bitte. Throwback für die Angels ist Lloyd Allen. Throwback. Throwback. Buyback. Buyback. Lloyd Allen für L.A. Enjoy. בא�e suprem hier. Oppenheim. Es ist sehr schön. Ich habe es sehr gut gemacht. Ich habe es sehr gut gemacht. hier boxen noch mal alles drin oder kommen eine black auf 74 für sie albis nice auf 72 natürlich nicht hier sitze 72 auch die albis nice für die braves sehr cool chrome black schon mal ein start hier hmm braves now chic you know i just need hotbox one of the others here Kevin cash tempo day Daubeck, RootKey. Daubeck, RootKey. Daubeck, RootKey. Daubeck, RootKey. Bin mir nicht sicher, aber das könnte eine Flipstock sein, weil die falsch rum drin war. Aber, Moment. Bin mir nicht ganz sicher. Fühlt sich gleich an. Ne, doch keine Flipstock. Flipstock sind so wie die hier, die sind am falsch rum drin, aber das ist jetzt auch keine. Oder das ist eine French Bagel, aber das ist es auch nicht. Dann waren sie einfach nur so falsch rum. Postseason Power für die Yankees. Oh, wir haben einen Relic. Oh, nee. Oh, Mann. Wieder ein Jersey. Außer es ist mit Auto, aber das glaube ich nicht. Dann wäre es, glaube ich, dicker. Nein, sie sind Relic für Monte Harrison und Miami. Okay, also das Case of maximal vier Autos haben. Haben wir jetzt festgestellt. Na ja, solange die Autos sehr gute Autos sind, gerne auch Patch Autos nehmen wir auch mit. Und Jumbo Boxstopper geht an Minnesota. Und Alex Kilow. Booster. 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 Ich habe es sehr gut gemacht. Ich habe es sehr gut gemacht. All right. Alright, here we go. Drei Boxen haben wir noch. Drei gute, habe ich gehört. Now and then, Slam Diego. Schon wieder ein Relic? Oh man, echt jetzt? Hm, Auto ist vielleicht mit Auto. Da hätte ich natürlich nichts gegen. Alleine ist die Variation, okay. Die Erhoffnung ist schon zuletzt. Alex Kirilov, nice, Action-Variation für die Twins. Die brauche ich noch. Ist auch schon mal ein schönes. Das Set wächst weiter. Alright, das war schon mal kein Relic. Da bin ich schon mal froh, weil dann könnte noch ein Auto kommen. Nice. Baby Blue Jays. Kann auch gerne eine Redemption kommen. Chrome ist Isaac Paredes für die Tigers. auf 572. Clemente. Ach, doch ein Relic. Jose Ramirez, J-Ram für Cleveland. Clubhouse Collection Relic, schon wieder. Das soll heute nicht sein mit den Autos. André Maroyal. Aber das sieht man auch mal, wie schwer es ist bei Heritage Auto zu ziehen. und da nicht ein neuer. Clemente, ich habe ihn. Und das sieht man auch an, wie viel Zeit genutelt werden kann. Der 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 anderen Seite ist ja. zwei Boxen, aber wir haben immer noch keine Hotbox gehabt Buyback ist Kansas City Royals Bob Oliver Oh, guck mal die Qualität von früher in den Karten hat was irgendwie dieser Buybacks Ne, Zemper war noch nichts Das war mal gar nicht eine tolle Hitze Ja doch, das Auto, klar Die Kartenhaut ist nett, Goldschmidt Auto Das ist glaube ich sogar Short 50 und 21 und hier als Deutsch Also wie ich jetzt kennen habe ich die schon Habe ich jetzt tatsächlich die Hotbox als letzte Box aufgehalten Oder wie hier Ich muss aber zwei Autos da rumkommen, da bin ich mega enttäuscht Oh, ich glaube wir haben noch eine Black Oh, das ist Purple Ah, das ist die Hotbox hier, die Purple Haben wir bisher nur noch nicht erkannt, aber jetzt ist die mal zurück Das ist die Hotbox, da hat in jedem Pack nichts Purple Chrome Oh, das ist die Hotbox, da hat in jedem Pack Alright, schauen wir mal was da für Chromes haben, welche Purples, wir starten mehr Death Cameron für die Tigers, Purple Chrome Rookie. Purple Chrome ist für Nice Puyols, für die Dodgers sehr nice, sehr cool. Now and then ist für die Padres und Ryan McKenna für die Orioles, Baltimore. Purple. Nexte Purple ist Jock Petersen, für die Cups. Pyrus, Jerry Oliver. Pittsburgh. Oh, Black auf 50, Johan Ramirez für Seattle, nice. Black to 50, die sind nicht nummeriert offiziell, aber jeder weiß, dass sie auf 50 sind. Und Charlie Morton für die Braves. Purple. Chrome. Clemente und Purple Chrome ist Zack McKinstry. McKinstry, so. Nexte Purple ist für die Dodgers Victor González. Rookie Purple. Wir haben Eddie Rosario, Cleveland Purple. Schon wieder ein Relic, echt jetzt? Kyle Schwaber. Washington. George Springer Purple. Das gibt's doch nicht, oder? Ich hab' schon seltenen Case gesehen mit nur zwei Autos, wenn die überhaupt ein zweites da drin ist jetzt. Salvador Perez. Royals Purple. Ich hoffe, dass es wenigstens ein kracher Auto. Sonst war's echt ein mieses Case. Hunter Renfro. Boston Red Sox Purple. Ona für die Padres Purple. Andrew Vaughn. A Rookie für die Sox. Purple Chrome. Braves Duel. Und Alejandro Kirk. Nice Rookie für die Blue Jays. Michael Lorenzen. Michael Lorenzen. Cincinnati Reds. Purple. Ich glaube gar nicht, ich fühle mich genug. Lorenzo Cain. Philipp Breuer. Purple. Chrome. Cubs. Chris Bryant. Purple. Für die Cubbies. Okay. Sorry. Chrome. Andrew Vaughn. Für die White Sox. 5,72? Ne. 9,99. 9,99. 9,99. Now and then. Für Seattle und Jonathan India. Rookie für die Reds. 5,99. 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 Kirilov, Rookie, purple, Johnny Bench, insert, Carlos Santana, für die Royals, purple, und Carlos Correa, für die Astros, purple. Alright, letzte Box. Die beste kommt zum Schluss, richtig? Und schauen wir mal. Äh, Variations nicht, nein. So weit ich weiß nicht. Wenn, dann werden sie auch noch rum. Xander Bogarts, die Retro-Puster. Last Box. Und dann auch weiter. Töger Studel. Töger Studel. Oh, mir geht es. Sauber. Wann ist das. Wie heute fern der Ball. Wie heute, was es hier so gut. Töger. Das war's für heute. Ich habe es sehr gut, aber ich habe es sehr gut gemacht. All right, last box, off gehts, bitte kein Relikt mehr, ja? Ja, das wäre jetzt mega enttäuschend. All-time greats. Some wheels and shrouds. Okay, minty. Tony Paris, Vidi Rez. Let's stack. Das ist krass, ey, wirklich nur ein Auto bisher, find ich heftig. Und da ist, oh Gott, Miguel, äh, La Jure. Oh Gott, das ist, glaub ich, das Schlechteste, den du kriegen kannst. Herrlich. Oh je, 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 je. Das war ein Griff ins Klo. Corey Seager. Insert in line. Lenslin für die Sox auf 572. Partier. Das ist verrückt, ich habe echt in einzelnen Boxen deutlich bessere Hitze gezogen. Oh, ich habe noch eine Variation. Missing Stars variation. Missing Stars variation. Chris Bryant. Filly Cups. Missing Stars variation. Da finde ich die Sterne da oben. Flick Cups. So schief. Ich habe das Case auch nicht mehr. No and then. Für die Dodgers. Wow. Übles Case. Sorry, Jungs. Ja. Auch hart, sehr hart für mich. Alright. Wow. Das war echt ein mieses Case. Ich mache trotzdem mal ein Recap. Also das Heritage echt schwer. Was wir treffen, das weiß ich. Aber das ist dann echt hart. Ich mache das jetzt mal eben durch. Deine Güter ist so. Ja, also der Principator ist. quick recap buybacks fred stanley for the cleveland indians jim york for the royals freddie what for the orioles charlie foxes giants and lloyd allen for the angels so we bob oliver for the royals mini is baron marquez to 100 of 100 for the cops uh action variation aussie albies uh lindor avon buster posey george springer missing stars is chris bryant uh zach mackenstreet uh is the action variation and edix kirilov is action variation then relics bobby dalbeck rookie relic carlos corea relic victor gonzalez relic gold auf 99 relic cody ballinger für dodgers badu rookie relic für die detroit tigers karl schwauer relic monty harrison relic und jose ramirez jay relic dann haben wir ein auto für miguel jajur and the pirates dann haben wir bryce harper bad relic noch und dann haben wir red ink red ink sah ich schon red refractor auf 372 eddie rosario für die indiens und benintendi für die royals wir hatten noch eine rote travestore für die rockies und joan ramirez für die mariners auf 50 dann hatten wir dj peters für die dodgers auf 50 black und wir hatten also die albis chrome black auf 3 und auf 72 limitiert für die braves und paul goldschmidt auto noch für die cardinals das war es ist schon für das case sorry an alle war nicht das beste case dennoch dank fürs mitmachen und auf die nächste time for now please